Gibt es draußen eine Schießerei, was war denn das? Das ist gerade so sehr merkwürdig angehört da draußen. Jawohl, jetzt noch das fix leerräumen und dann sind wir raus, sind wir weg. Let's fucking go. Oh. 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 We got more on the horses! What the God's sake! It's Freemason, the God damn woman! They're moving! Hold them back! Oh! Come on! Head for the horses! Let's go! God damn it! All right! Yeah! Yeah! Rise! Get the hell out of here! We got more coming in! God damn it! Do you see any more of them? Oh, son of a bitch! They're still coming! Take a look around. This is the last place to see your eyes! Where the hell are they coming from? Come on! Come on! Come on! Come on! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 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 Ja! 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 Was ist das dort vorne? Wild Pferde! Ja! Ja! Natürlich haut ihr ab! Naja quatsch! Wenn ihr nicht mehr mal was zu essen schießen könnt! Ja! Ohne mir hier sinnlosen Stress zu machen! Was ist das hier vorne für eine Hütte? Die sieht doch ziemlich abgebrannt aus! Das ist halt das Problem bei Bretterbuden! Wenn das einmal brennt dann... Arschkarte! Dazu noch die Musik ey! Krass der Scheiße!